Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Podcast der Top 40 unter 40 Macher aus dem Rheinland. Vor mir sitzt André Christ. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann. Lieber André, sei doch so nett und stell dich kurz vor, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin André, ich bin im Rheinland geboren, in Bonn, habe unter anderem in Bonn und in Münster studiert, bin mittlerweile Gründer und Geschäftsführer von Lina X, einem Softwareunternehmen aus Bonn. In Köln und Münster studiert, ich schätze mal BWL. Nee, nicht ganz. Ich habe tatsächlich in Bonn VWL begonnen und Informatik. Ziel war aber immer, Wirtschaftsinformatik zu studieren und da ich leider meinen Platz nicht in Köln bekommen habe, bin ich dann über Umwege in Münster gelandet. Dann ist mein Versprecher ja gar nicht so schlimm mit Köln, war dann die Wunsch-Uni. Aber er hol mich mir erstmal kurz ab. Lina X, was macht das Unternehmen? Ja, also der Name steht erstmal für Lina Information Exchange. Wir haben uns damals, als wir gegründet haben, zum Ziel gesetzt, dass Unternehmen eigentlich besser Informationen austauschen müssen. Und in dem Bereich, in dem wir das machen, geht es darum, den Unternehmen zu helfen, einen leichten Überblick über ihre gesamte IT-Landschaft zu bekommen. Also intern auszutauschen. Genau. Es geht um die eigene Software, die eingesetzt wird. Das heißt also, die Unternehmen, die heute bei uns Kunde sind, die haben typischerweise Hunderte oder Tausende verschiedene Software-Systeme im Einsatz. Und die Herausforderung ist einfach da, Verständnis zu bekommen, was machen eigentlich all diese Software-Systeme? Und wir bieten denen eine Übersicht an, sehr grafisch, wenn sie sich bei uns einloggen in die Software, was diese Systeme machen. Und ein wichtiger Punkt dabei ist unter anderem, wer ist überhaupt dafür verantwortlich, für welches dieser Systeme? Und der große Mehrwert entsteht dadurch, dass dann eben zum Beispiel Projekte schneller beginnen können. Also ich muss weniger Informationen suchen, sondern kann einfach an diese zentrale Stelle gehen und da nachschlagen, welche Systeme ich schon habe. Also ist der Ansprechpartner für euch eigentlich der IT-Mensch in jedem Unternehmen, der da den Bedarf hat, diese Dokumentation eigentlich auch aufzuweisen? Ganz genau. Also typischerweise ist bei uns der höchste Entscheidungsträger der CIO, der Chief Information Officer, der ein Unternehmen eigentlich die Verantwortung trägt für die interne Applikationslandschaft des Unternehmens und sämtliche Infrastrukturentscheidungen. Der hat normalerweise einen Verantwortlichen für das Thema Enterprise Architecture. So nennt sich unser Bereich. Im Deutschen kann man sagen Unternehmensarchitektur. Und insofern, das ist derjenige, der Entscheidungen trifft über die Anschaffung von solcher Software, die wir heute vertreiben. Ich bin jetzt ein bisschen naiv. Ich hätte jetzt einfach mal geglaubt, das hätte jedes Unternehmen oder jeder ITler oder jeder IT-Leiter von der Firma, der hätte so eine Art von Dokumentation für sich. Oder hätte da so eine Übersicht. Ich sage jetzt mal als CEO eines Unternehmens, sagst du ja auch zu der IT-Abteilung, pass mal auf, ich habe jetzt folgenden Bedarf gemeldet bekommen für eine neue Software. Brauchen wir die überhaupt? Oder haben wir die nicht schon? Oder haben wir nicht schon eine Software, die das nicht schon kann in irgendeiner anderen Art und Weise? Und kann man da vielleicht ein Modul dran bauen? Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass jeder IT-Leiter sowas hat. Ja, der hat das auch. Nur das steckt in den Köpfen aller Mitarbeiter. Das heißt, das ist so ein typisches Thema, wo ich zu verschiedenen Mitarbeitern hingehen kann. Dann werde ich, indem ich mir das zusammenpuzzle, ein Gesamtbild bekommen. Dadurch ist es natürlich auf der einen Seite toll, dass ich das Wissen verteilt habe in der Organisation. Aber wenn man jetzt daran denkt, dass man zum Beispiel ein neues Projekt startet, dann sieht man häufig in Unternehmen, dass die Mitarbeiter rumrennen und erst mal verstehen müssen, wer ist denn eigentlich dafür der richtige Ansprechpartner? Und manche Unternehmen sind da schon einen Schritt weiter. Die haben eine zentrale Stelle etabliert, zum Beispiel durch eine Excel-Liste oder durch eine Präsentation, PowerPoint und andere Werkzeuge, sodass ich dort… Mindmap bauen. Das sind eine Mindmap bauen. Die machen das sehr manuell. Das heißt, es kursieren ganz viele verschiedene Excel-Listen in einem Unternehmen, in der dann immer mal wieder drinsteht, welche Software haben wir denn überhaupt. Und dann kennt man das, dann werden die per E-Mail versendet, dann geht das hin und her und am Ende weiß man dann trotzdem nicht, was ist denn eigentlich jetzt der aktuelle Stand einer solchen Liste. Und wer ist dafür verantwortlich? Genau. Und dann gibt es noch ein großes Problem, daraus dann ansprechende Visualisierungen zu erstellen, die dann sehr schnell auch Entscheidungsträgern Entscheidungsunterstützung bieten. Das heißt also, wo ich auf einen Blick sehe, wo müssten wir denn eigentlich investieren oder wo gibt es denn eigentlich Risiken. Das bedeutet dann immer ganz viel Aufarbeitungszeit. Das heißt also, große Unternehmen… Oder wenn rechtliche Rahmenbedingungen sich ändern, an welcher Stelle müssen wir jetzt eigentlich handeln? Genau. Und da sieht man dann ganz schnell, dass Zeit verschwendet wird in Malen oder Erstellen von Landkarten und wieder neue Ausschnitte und dann möchte man über andere Dinge entscheiden. Und so verliert man viel Zeit in der manuellen Erstellung. Und wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, deine Lösung viel zu bieten? Ich würde jetzt mal so behaupten, da würde doch eigentlich jemand drauf kommen, der selber diesen Schmerz hat. Ich sage jetzt mal ein Konzern, der selber merkt, wir haben hier unendlich viele Lösungen. Wir wissen überhaupt nicht, was da Sache ist. Lass uns doch mal was entwickeln. Aber was war dein Werdegang zu diesem Unternehmen? Ja, also es ist gar nicht weit gegriffen. Ich habe den Schmerz genauso selbst erfahren. Ich habe vier Jahre lang bei einem großen Logistikunternehmen gearbeitet, DHL, in einem Bereich, wo es darum ging, Entscheidungen für IT-Führungskräfte voranzutreiben, sogenannte In-House-Consulting. Und habe da zahlreiche Projekte gemacht in den vier Jahren. Eigentlich gab es immer das gleiche Thema in all diesen Projekten. Der Start dieses Projekts war davon geprägt, dass man Informationen zusammentragen muss. Und typischerweise als Berater in der Zeit werden diese Informationen in Excel-Spreadsheets zusammengetragen. Alles wird in Excel-Spreadsheets. Alles wird in Excel. Genau. Das ist nicht nur bei der DRI. Ganz genau. Und daran sieht man, wenn man sich dann ein bisschen umschaut im Markt, ist uns aufgefallen, zu dem Zeitpunkt, dass es eigentlich keine richtige wettbewerbsfähige Lösung zu Excel gibt. Weil Excel ist schon sehr flexibel und kann man sehr gut nutzen und hat auch nicht so hohe Anforderungen an die Mitarbeiter, dann sowas auszufüllen. Und so haben wir dann eigentlich gemerkt, jetzt gibt es keine Lösung im Markt und Excel wird irgendwie sehr leicht und einfach genutzt. Was kann man denn da eigentlich machen? Und so sind wir darauf gekommen, dass wir uns gedacht haben, Software-as-a-Service ist eine gute Strategie, dieses Problem eigentlich zu lösen. Und als wir das gemacht haben vor nun knapp acht Jahren, war Salesforce als ein Beispiel für Software-as-a-Service sehr stark im Kommen. Und da haben wir uns überlegt, das könnte ein gutes Modell sein, das auch in diese Kategorie von Unternehmensarchitektur zu übertragen. Also kamen so zwei Dinge zusammen. Einmal die Idee aufgrund eines Problems und dann, ich würde jetzt schon fast sagen Zufall, dass ihr ein Geschäftsmodell gesehen habt, das ihr adaptieren könntet. Aber du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir, wer ist denn wir? Ja, ich habe die Firma Lina X gegründet zusammen mit dem Jörg Bayer, den ich damals kennengelernt habe in meiner Zeit bei Inhouse Consulting, der Deutschen Post DHL. Wir haben dort vier Jahre zusammengearbeitet und haben uns dann eben nach dieser Zeit zusammengesetzt und überlegt, wie wir eben genau dieses Problem mit diesem Geschäftsmodell angehen können. Wir haben dann zusammen gegründet 2012. Das finde ich spannend. Also ihr wart ja quasi eine Ausgründung aus DHL. Waren die nicht daran interessiert, da irgendwie dran mit beteiligt zu sein? Ja, ich glaube, man kann gar nicht so genau sagen Ausgründung. Also wir haben tatsächlich beide das Unternehmen verlassen und haben uns dann überlegt, was machen wir denn dann eigentlich? Also insofern haben wir jetzt auch nicht irgendwie einen Kunden mitgenommen oder haben den ersten Kunden bereits dort gehabt. Insofern ist es sicherlich eher so ein anders gewesen als jetzt bei einer Ausgründung, wie man vielleicht jetzt in anderen Bereichen sieht. Aber natürlich, das Problem ist relevant und wir sind froh, zum Beispiel heute die DHL auch als Kunde zu haben. Da kam der Bumerang dann doch zurück. Und wie war die Gründungsphase, wie lief das vonstatten? Habt ihr einfach zum gleichen Zeitpunkt gekündigt und dann ging es los? Genau, also wir haben zu ziemlich ähnlichen Zeitpunkten dann Ende 2011 DHL verlassen und haben dann erstmal überhaupt überlegt, was wollen wir denn überhaupt machen? Das heißt, wir hatten schon diese Idee, das Problem gesehen, aber haben das ein bisschen weiter gefasst. Daher kam letztlich auch der Name des Unternehmens. Wir haben eigentlich immer an dem Problem rum überlegt, wie kann man denn bessere Software im Geschäftsumfeld bereitstellen? Man kennt das vielleicht, ich kenne das noch so aus meiner Jugend, in der Vergangenheit war es so, da hat man irgendwie Computer, wie die Eltern Computer mitgebracht von der Arbeit und dann war das irgendwie das Größte, weil das ein Laptop war. Heute ist es so, wenn man sozusagen in geschäftliche Anwendungen guckt, sind die eigentlich furchtbar in der Anwendung und man will irgendwie das iPhone zurück, was man privat hat. Das hat sich sehr gewandelt und das war immer so ein Anstoß, wie können wir denn eigentlich bessere Software für Unternehmen bereitstellen? Und so haben wir dann gebrainstormt und haben dann die ersten vier Wochen in der Gründungsphase in Hamburg verbracht und haben uns im Prinzip mal so eingeschlossen für eine längere Zeit und dann definiert, was wir eigentlich mit Lina X dann machen wollen als Unternehmen. Warum denn Hamburg? Naja, wir haben beide längere Zeit in Bonn gearbeitet und da war das ein guter Zeitpunkt, mal so eine Kreativphase einzulegen. Tapetenwechsel. Genau, Tapetenwechsel und haben dort dann wenig Abhängigkeiten gehabt. Das heißt, man ist erstmal frei, man hat irgendwie keine Verpflichtungen, kann sich erstmal nur dem Thema widmen und Hamburg ist noch eine schöne Stadt nebenbei. Das muss man auch als Rheinländer zugeben, dass es auch andere schöne Flecken gibt. So und dann habt ihr gegründet und wie war dann der Unternehmensaufbau? Wie habt ihr das bewerkstelligt? Ja, also wir haben, wenn man das mal so ein bisschen schneller nach vorne geht, wir haben die ersten drei Jahre in einem sogenannten Bootstrapping-Modus das Ganze aufgezogen. Das heißt, wir haben kein externes Geld in die Firma gebracht, sondern eigentlich nur unser erspartes. Wir haben uns sozusagen ein Modell entwickelt, wie weit wir gehen können, wie weit wir das Unternehmen selbst finanzieren können und haben dann über erste Kunden das Unternehmen letztlich finanziert. Das heißt, die ersten drei Jahre waren wir auch letztlich zu zweit. Wir hatten einen befreundeten Entwickler, den ich aus dem Studium kannte, der wiederum glücklicherweise auch in Hamburg lebte zu der Zeit. Das heißt, da gab es die ersten Kontakte in Hamburg dann auch und insofern waren wir beide, sowohl der Jörg Bayer als auch ich, sehr pragmatisch und hands-on in der Zeit. Steile Lernkurve. Genau, sodass wir zum einen steile Lernkurve hatten, aber auf der anderen Seite auch vieles der benötigten Fähigkeiten erstmal selber erfüllen konnten. Sei es von Vertrieb bis hin zur Entwicklung der Lösung. Mussten wir jetzt nicht so weit auf andere zurückgreifen, sondern haben das in der ersten Zeit alles selbst gemacht. Was war das so für dich mal aus einer anderen Sicht, so eine Gefühlslage zu sagen, ich bin eigentlich im Studium, ich habe einen guten Job, also bei der DAL In-House Consulting ist bestimmt keine schlechte Adresse. Ich gehe raus aus der Nummer und gründe. Das ist ja auch mit einem Risiko verbunden und dann auch rückwirkend zu sagen, drei Jahre Bootstrapping, das ist ja nicht die Zeit in der Regel, wo man die fettesten Partys selber schmeißt und viel Kohle ausgibt, sondern da dreht man jeden Euro nochmal um und sagt so, den stecke ich in mein neues Unternehmen und versucht Risiken zu minimieren. Was war das so für eine Gefühlslage für dich? Ja, also das ist schon richtig. Für mich war es ein Zeitpunkt, an dem ich überlegt habe, ist es für mich jetzt irgendwie interessant, einen Firmenwagen zu bekommen von der DHL und irgendwie Personalverantwortung, Teams zu führen und vielleicht irgendwann mal ein Teamleiter zu werden. Und ich glaube, für mich war es schon so ein entscheidender Punkt zu sagen, mache ich diesen Schritt weiter, weil dann gewöhnt man sich sehr stark an den Komfort. Und ich war sozusagen genau an diesem Wendepunkt und hatte für mich dann immer schon mal gesagt, an dem muss ich mich mal irgendwann entscheiden, ob ich das weitermache oder ob ich eigentlich bereit bin, diesen ganzen Komfort erstmal nochmal loszulassen und mich eigentlich auf Inhalte zu konzentrieren. Das heißt, das war mir schon immer sehr bewusst und insofern habe ich mich eigentlich dafür entschieden und gesagt, ich kann zu jeder Zeit in diesen Job zurückkehren. Ich glaube, für junge Leute, die irgendwie in diesem Umfeld arbeiten, gab es immer schon viel Nachfrage, sodass ich eigentlich immer gespürt habe, naja, wenn das nicht klappt, gibt es für mich eine gute Rückkehr. Aber eben ohne, dass ich mich groß an den Komfort gewöhnt hatte, der dann in solchen Rollen einfach existiert. Das hat es für mich ein bisschen einfacher gemacht, weil das Risiko ist nicht so groß. Und ich habe mir einen klaren Plan gemacht, wie lange reicht mein privates Geld. Das heißt, also ich hatte eine genaue Übersicht, wie viel ich pro Monat privat ausgebe und wie viel Geld wir in die Firma reingesteckt hatten und habe dann eben am Ende einen Puffer gehabt, sodass ich wusste, wann ich mich wieder bewerben muss. Ja, und das ganze Spiel ist ja scheinbar aufgegangen. Bootstrapping war aber dann irgendwann vorbei. Wie ging es dann weiter? Ja, wir haben dann irgendwann spannende Kunden gehabt. Zu der Zeit war das unter anderem Kühn und Nagel, Axel Springer, Beiland, die die Lösung eingesetzt haben. Und das hat immer mehr natürlich das Interesse auch von einzelnen Investoren auf sich gezogen. Wobei man sagen muss, die ersten drei Jahre haben wir das Thema immer mal wieder gezeigt und versucht zu erklären. Und wir haben das als Erstgründer, muss man rückblickend sagen, so schlecht gemacht, dass die meisten, glaube ich, kaum verstanden haben. Muss man sagen, wir sind in einer speziellen Nische mit unserem Thema. Es ist schon nicht so ganz einfach, das zu erklären. So, dass die ersten Investoren schon es echt schwer hatten, zu verstehen, was wir da machen. Das heißt, wir hatten das damals das erste Mal gezeigt, vier Tage vor Beurkundung beim Notar des Unternehmens hier in Köln bei Capnemic, bei dem Jörg Binnenbrücker, der das Thema gesehen hat. Und das haben wir dann drei Jahre lang gemacht. Und drei Jahre lang hat er uns immer gefragt, was macht ihr da eigentlich? Und nach drei Jahren haben wir natürlich dann interessantere Kunden gehabt, die Lösung eingesetzt haben, sodass er auf einmal viel klarer wurde, ui, da scheint mehr dahinter zu sein. Und mehr und mehr wurde aus diesem amorphen Modell, was wir da machen, ein konkretes Businessmodell. Ja, und das setzt sich auch jetzt ein. Wer ist so ein typischer Kunde von euch? Du hast jetzt eben schon ein bisschen Name-Dropping gemacht, aber wir sind jetzt hier ein kleines Unternehmen mit dem Club, haben unsere 25 Mitarbeiter, haben auch unsere, ich sage jetzt mal, zehn Applikationen, die wir mal hier, mal da einsetzen. Ab wann fängt das an, interessant zu werden? Kannst du das überhaupt sagen? Ja doch, also ich kann das ziemlich klar sagen. Wir haben bei uns im Marketing, wenn wir schauen, wie groß ist der Markt und wen sprechen wir an, dann haben wir eine Untergrenze, die wir damit beziffern, dass ein Unternehmen typischerweise mehr als 500 Millionen Umsatz hat. Das ist so, ab da und nach aufwärts hat ein Unternehmen auf einmal so eine Komplexität in der IT, sodass es sich nicht mehr lohnt, das mit eben Excel oder PowerPoint zu managen, sondern da braucht man eine professionelle Lösung. Und damit haben wir Kunden, die auf der einen Seite ganz spannende Technologieunternehmen, die so in der Größenordnung sind von 500 Millionen, eine Milliarde, zwei Milliarden Umsatz. Dazu zählt zum Beispiel Zalando hier in Deutschland, die unsere Lösung einsetzen oder eben Dropbox in den USA. Das sind so mehr Unternehmen, die halt eben sehr schnell wachsend sind und auf der anderen Seite haben wir eben dann ganz große Konzerne wie zum Beispiel Volkswagen, DHL, die Deutsche Telekom oder Vodafone, die unsere Lösung dann einsetzen, um dann eben ihre großen Strukturen zu optimieren. Das sind so wirklich zwei verschiedene Klassen an Unternehmen, die heute unsere Lösung einsetzen. Ich hätte jetzt so pauschal vorher gedacht, jedes Unternehmen, das irgendwie ein IT-Menschen fest eingestellt hat. Aber nachher lohnt es sich dann noch nicht. Naja, also in der Theorie ist das erstmal richtig. Das Problem haben alle diese Unternehmen. Unsere Einschränkung dabei ist, dass diese Unternehmen nicht die Mitarbeiter haben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen können. Das ist am Ende dann also doch, wie man so schön sagt, ein Skill-Problem. Also diejenigen Mitarbeiter gibt es häufig nicht in kleinen Unternehmen. Wir sind heute 160 Mitarbeiter und wir haben das Problem auch. Wir setzen zahlreiche Software-Systeme ein, aber wir haben heute auch noch keinen dedizierten Mitarbeiter, der sich um das Thema kümmert. Trotzdem, sozusagen, wir nutzen natürlich unsere eigene Software auch, aber wenn man das überträgt auf viele andere, dann scheitert das im Moment erstmal noch daran, dass man dann auch wirklich Mitarbeiter haben muss, die das Thema vorantreiben können. Aber jetzt würde ich ja mal aus Investorensicht sagen, ist ja dann ein schwieriger Markt, wenn es so wenig Ansprechpartner gibt. Naja, also... Oder wie ist das Geschäftsmodell? Für jemanden, der gar keine Ahnung davon hat, wie verdient ihr überhaupt Geld dann? Ja, also unsere Software wird gemietet. Im Software-Bereich ist das so ein typisches Subscription-Modell. Das heißt, Unternehmen mieten die Nutzung unserer Software mindestens für zwölf Monate und dann ist die Bezahlung abhängig bei uns, nicht von der Anzahl der Benutzer, die die Software nutzen. Das ist so eine typische Metrik, wie man so schön sagt, sondern es ist eher von dem Umfang. Das heißt, Unternehmen mit ganz vielen Applikationen, das sind typischerweise große Konzerne, zahlen mehr als Unternehmen mit nur wenigen Applikationen, sodass eben das Lizenzmodell sowohl für kleine Unternehmen als auch für große Unternehmen am Ende gut funktioniert. Also ich kann mir das in etwa so vorstellen, ich bin ein iPhone-User. Je nachdem, wie viele Applikationen ich in meinem iOS habe, bezahle ich dann mehr oder weniger und bekomme von euch dokumentiert, welche... Meine Apps machen eigentlich genau das Gleiche, welche könnten eigentlich untereinander auch Daten übertragen, von dem einen ins andere, damit das besser arbeitet. Kann ich mir das so in etwa vorstellen? Ja, das ist eine super Analogie, das so zu vergleichen. Wir haben so verschiedene Anwendungsfälle, für die die Software eingesetzt wird. Einen hast du gerade schon genannt. Da geht es darum, wie sind diese verschiedenen Software-Systeme eigentlich untereinander verknüpft? Das heißt also, welche Daten tauschen die aus? Wenn man ins letzte Jahr zurückguckt, mit der Europäischen Datenschutzverordnung, gab es viel Notwendigkeit zu verstehen, wo habe ich denn eigentlich schützenswerte Daten? Das heißt also sensitive Kundendaten. Wo werden die verarbeitet? Wo werden die verarbeitet? Das hat viele Unternehmen in große Sorgen versetzt, überhaupt mal zu verstehen, wo ist das überhaupt? Weil ganz große potenzielle Strafen damit verknüpft sind, wenn ich mich eben nicht darum kümmere, diese Daten entsprechend zu schützen. Das heißt also, insofern, das ist ein möglicher Anwendungsfall, warum es großen Sinn macht, unsere Software einzusetzen. Ein anderer, den kennen viele auch aus dem privaten Leben, Software beruht typischerweise auf Technologien, die irgendwann mal aus dem Lebenszyklus laufen. Windows XP kennt irgendwie jeder von zu Hause. Die also kein Update mehr bekommen. Genau, da gibt es kein Update mehr. Das heißt, Microsoft stellt irgendwann mal die Updates für ein Betriebssystem ein. Jetzt gibt es aber noch ganz viele Software-Systeme, die beruhen eigentlich auf zum Beispiel Windows XP oder Windows 2000 oder was auch immer. Und die werden weiter fortgeschritten und upgedatet, kommen aber irgendwann an diesem Rückstau nicht mehr dran vorbei und haben danach einen Mangel. Genau, das ist das eine. Das kennt man so aus dem privaten Leben. Das erzeugt Sicherheitsprobleme. Ich bekomme keine Updates mehr. Ich habe eine höhere Anfälligkeit für Hacker, die meine Software kompromittieren. Auf der anderen Seite kostet das Ganze aber auch ganz viel Geld, weil Unternehmen wie Microsoft oder Oracle oder SAP verlangen für den verlängerten Support ihrer Software Geld. Das heißt also, wenn ich ein Betriebssystem länger nutze, als das eigentlich vorgesehen ist, dann kann ich mich entscheiden als Unternehmen, ob ich einen sogenannten erweiterten Support bezahlen möchte. Und das geht ganz schnell in die Millionensummen, wenn ein Unternehmen… Weil es kein Standardgeschäft mehr ist. Genau, weil es kein Standardgeschäft mehr ist. Also insofern, man findet sehr, sehr schnell monetäre Gründe, warum das für Unternehmen eigentlich dann Hunderttausende bis Millionen an zusätzlichen Kosten bedeutet, wenn meine Softwarelandschaft nicht auf dem neuesten Stand ist. Achso, und dann ein geschulter Mitarbeiter, der eure Software einsetzt in dem Unternehmens- oder ich sage jetzt mal Konzern, also das sind ja Konzerne, die dann bei euch Kunden sind, und der sieht dann halt auch relativ schnell, pass mal auf, liebe Geschäftsführung, wir haben ja ein Brett vor uns, wir müssen demnächst von Windows 10 auf, was ist jetzt das nächste, dann Windows 11 wechseln, weil da kommen die Updates nicht mehr rein oder wir haben folgende Systematik mit länderübergreifenden Informationen. In Land A gibt es Neuerungen, die Land B betreffen und da passt die Software nicht mehr zusammen. Dann müssen wir, da haben wir Handlungsbedarf. Sowas kriegt man bei euch raus. Ganz genau. Also es hilft dabei, Investitionsentscheidungen in der IT zu verstehen. So als Daumenformel kann man heutzutage sagen, drei bis fünf Prozent des Umsatzes gehen typischerweise als Kosten in die IT. Für Lizenzen. Für alles Mögliche, genau. Lizenzen, Neuanschaffungen, Mitarbeiter. Und wenn man dann sich überlegt, wie steuere ich denn eigentlich dieses Investment, dann kann ich das entweder machen mit einem völligen Blindflug oder ich mache das eben auf der Basis von Informationen. Und da schwimmen wir genauso mit in einer Welle von sozusagen Ansätzen, wo es darum geht, durch Daten bessere Entscheidungen letztlich im Unternehmen zu treffen. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass nicht mehr unglaublich viel Personaleinsatz eine ähnliche Lösung bietet, wie das, was ihr da anbietet. Genau, also man kann natürlich das Thema erschlagen durch Beratung, so wie ich das ursprünglich auch bei tatsächlich der DHL dann damals gemacht habe, indem man rumreist und dann versucht zu verstehen über Excel-Aufnahmen und PowerPoints, was macht das Unternehmen. Das ist aber keine nachhaltige Lösung. Und Unternehmen haben heute auch verstanden, dass solche Übungen, wo ich immer wieder Projekte starte, um sowas zu erfassen, letztlich herausgeworfenes Geld sind. Ich bin total baff. Sehr spannendes und sehr spezielles Geschäftsmodell. Ja, erstmal Glückwunsch an der Stelle, dass du da überhaupt sowas auf die Beine gestellt hast und das weiter vorantreibst. Aber trotzdem die Frage, wie geht es denn da weiter? Was ist denn da so eine Entwicklung, was dich dann noch weiter antreibt, dieses Unternehmen nach vorne zu bringen? Was sind da so Puzzlestücke? Versucht das doch mal jemandem, der kein IT-Mensch ist, irgendwie beizubringen. Ja, also es gibt eine ganz glückliche Fügung, die wir wahrscheinlich vor acht Jahren noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Wenn man heute sieht, es geht Tag ein, Tag aus eigentlich um das Thema digitale Transformation und Digitalisierung. Und wir sehen sehr stark, dass unser Thema Beschleuniger ist für die digitale Transformation. Zumindest für bestimmte Unternehmensgrößen. Ganz genau. Und in diesen Unternehmensgrößen. Das heißt also, mit unserer Software haben wir ursprünglich eher darüber nachgedacht, wie können wir beim Abbau von IT-Komplexität helfen. Das heißt, wir machen Dinge einfacher. Heute geht es fast eher darum, wie können wir mit unserer Software dabei helfen, das Unternehmen schneller werden. Im Marktzugang, eben in der Erschließung neuer Geschäftsmodelle. Und das eröffnet auch für mich persönlich einen riesen, also super spannend, weil man damit eigentlich dazu beiträgt, dass die IT in einem Unternehmen zu einem Geschäfts- oder einem Wettbewerbsvorteil wird. Und das ist so der eine Bereich, den ich da extrem interessant finde. Der andere ist, es findet gerade in großen Unternehmen ein ganz großer Wandel von sozusagen traditionalen Rechenzentren und traditionellen Entwicklungsmethoden hin zur Cloud statt. Das ist ganz interessant. Zwar ist die Cloud als... Die Lösung für alles. Als Lösung für alles. Seit einigen Jahren, das ist schon so in aller Munde, wenn man aber so Analysen sich anschaut, dann sind heutzutage erst ein Viertel aller Software-Systeme in der Cloud verfügbar. Das heißt also, es gibt ein riesiges Potenzial in der Zukunft Applikationen, also Software-Systeme in Unternehmen, in die Cloud zu bringen. Und das Ganze ist nicht einfach, weil es häufig darum geht, was muss ich denn eigentlich für Abhängigkeiten bedenken. Und insofern, wenn man sich beide Themen, also digitale Transformation und das ganze Thema Shift in die Cloud anguckt, dann können wir als Software-Unternehmen, gegründet in Bonn, mittlerweile mit Büros, unter anderem auch in den USA, einfach weltweit, ja, Unternehmen bei dieser Übung helfen. Und das treibt mich eigentlich jeden Tag enorm an. Ich hätte jetzt so ein bisschen einen Beratungsansatz vermutet, dass Konzern A zu dir kommt und sagt, ihr habt da jetzt so viele Kunden und so viel Einblick in das ganze Know-how von anderen, ich sage jetzt mal anonymisiert, wie bauen das denn andere auf? Man muss ja nicht das Rad immer neu erfinden. Da gibt es doch bestimmt ein paar Learnings, die ihr auch an eure Kunden in Form von Beratung dann weitergeben könnt. Ja, also es ist sicherlich ein super Gedanke, wie man aus diesen Daten mehr machen kann. Jetzt muss man einmal verstehen, wir sind im Deutschen, würde man sagen, sind wir ein Auftragsdatenverarbeiter. Das heißt also, jeder Kunde, der bei uns die Daten gibt, sozusagen vertraut diese Daten uns an. Und wir können nicht einfach hingehen und sozusagen aus diesen Daten ein neues Geschäftsmodell machen. Wir trennen das sehr stark, dieses Thema. Anonymisiert ist das ein Thema. Was wir eher machen ist, wir bringen diese Unternehmen zusammen. Wir haben mittlerweile und jetzt ein paar Wochen das sechste Mal, dass wir eine große Konferenz haben, wo alle unsere Kunden zusammenkommen und eben auch Interessenten, die sich dann über moderne Architekturen austauschen. Das heißt also, wir sind heutzutage noch nicht so weit, dass wir sagen, wir nutzen unsere Daten dafür. Das ist auch derzeit überhaupt kein Plan. Es ist eher so, die Unternehmen profitieren schon sehr stark davon, dass sie im Prinzip so eine Community bilden, die alle unser Werkzeug nutzen und sich dann darüber austauschen, wie sie eigentlich mit unserem Werkzeug ihre Themen vorantreiben können. Und da trifft dann ein sehr traditionelles, großes Unternehmen auf ein vielleicht sehr technologiegetriebenes Unternehmen und die lernen voneinander, was sie dort allzeitlich besser machen können. Ja, also würde ich ja niemals Nein sagen, Menschen miteinander zu vernetzen und dass man voneinander lernen kann, kann ich nur unterschreiben und unterstützen. Wie geht es für dich persönlich weiter? Hast du irgendwie so einen Plan, dass du sagst, ja, das ist jetzt total spannend. Ich hatte den Max Messing hier von Evopark, der gesagt hat, ja, ich habe jetzt hier so ein Ding hochgezogen, aber ich kann mir genauso vorstellen, einfach nochmal ein Unternehmen zu gründen, weil ich das einfach so spannend finde, zu gründen und da so durchzulaufen. Wie ist das für dich? Ja, also für mich ist es so, wir haben erst im letzten Jahr ein großes Investment gemacht mit einem großen amerikanischen Investor, der bei uns eingestiegen ist und das war für mich auch so die persönliche Entscheidung, wie geht es denn eigentlich für mich jetzt weiter und für mich ist das eigentlich ein super Punkt, zu zeigen, dass wir mit so einem Commitment eigentlich ein großes Softwareunternehmen in Deutschland aufbauen können und wir machen mittlerweile das nächste SAP. Das nächste SAP ist ein bisschen hochgegriffen, aber es gibt in Deutschland mittlerweile einige super Beispiele, ganz hier in der Nähe mit Instana aus Solingen oder mit Signavio aus Berlin. Es gibt so ein paar Firmen, glaube ich, die eigentlich Deutschland helfen können, vielleicht irgendwann das nächste SAP vorzubringen und das war für mich eine wichtige Entscheidung Ende letzten Jahres, wie soll es da weitergehen und insofern bin ich dort mittel- bis langfristig eben stark committed, das voranzutreiben und da die nächste Stufe auch zu erreichen und für mich ist es so, ich gehe jeden Tag zur Arbeit, ich ist jeden Tag neu, ich habe das noch nicht erlebt, weil ich eben, wie gesagt, zum ersten Mal gegründet habe, insofern sind alle Herausforderungen immer neu, aber ich mache das mit viel Freude und sehe da noch eine ganze Menge, die wir eigentlich bewegen können. Ja, ich finde das total spannend, insgesamt auch sich dann, ich sage jetzt mal, so einer Lebensaufgabe dann nachher mal zu stellen, weil man es ja immer wieder erlebt, dass man nachher eine ganz andere Herausforderung nochmal hat, auch wenn ein Unternehmen nochmal so einen Quantensprung in der Größe macht. Ich sage jetzt mal, wenn dein Unternehmen noch mehr und noch mehr und noch mehr Mitarbeiter hat und du hast eben schon gesagt, Standort in den USA und auch da dann irgendwann Wachstum und noch mehr Kunden, da bekommt man ja auch als Geschäftsführer in der Gesellschaft auch irgendwie nochmal neue Aufgaben und eine neue Orientierung und geht dann nachher noch vielleicht ein Stück weit mehr in die Strategie und ins Business Development. Gibt es denn da noch, ich sage jetzt mal, Bereiche, wo du sagst, es könnte noch Unternehmen geben, die zu eurem Unternehmen passen, ich sage jetzt mal in Form von einer Wertschöpfungskette, die ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann, aber die du vielleicht siehst? Also ich glaube, da stecken jetzt so ein bisschen mehrere Dinge noch drin. Also ich glaube so, das eine ist sicherlich in der Entwicklung von so einem Unternehmen, schon mal, glaube ich, gesagt, dass wir uns befinden uns so in der Phase 3, kann man jetzt sagen. Also wir haben Bootstrapping gemacht, dann haben wir die Investoren an Bord und wir sind jetzt in der Phase, wo wir mittlerweile ein sehr erfahrenes Management-Team an Bord haben und es eigentlich für mich die Aufgabe ist, mit Hilfe dieses Management-Teams die Firma zu führen und das ist ein ganz anderer Modus als noch zu dem Zeitpunkt, wo wir beide Gründer die Firma geführt haben, wo aber letztlich dann an beiden Gründern irgendwo letztlich sowas wie 20, 30 Leute dran hingen. Mittlerweile gibt es dort ein Management-Team, mit dem ich Zweite Führungsebene. Genau, eine zweite Führungsebene, mit dem wir das vorantreiben. Dann gibt es internationale Investoren, ein Büro in Boston und wir haben gerade einen Entwicklungsstandort in Indien aufgemacht. Das heißt, da kommt noch eine andere Dimension dazu. Also da gibt es Personalthema. Genau, da gibt es einige Themen, die man dort lösen muss und da geht es auch nicht nur um Methodik, sowas wie, wie führe ich das Unternehmen eigentlich dort über Ziele, sondern eben auch, wie funktioniert dort Leadership, was für Ziele und was für Werte schafft man da in einem Unternehmen, sodass das eben für alle, die da bei der Reise dabei sind, spannend ist. Unternehmenskultur. Ja, aber trotzdem eine andere Aufgabe, wie noch vor fünf Jahren, zu sagen, nach Bootstrapping die ersten Mitarbeiter einstellen und dann eigentlich mehr in den Operations sein und im Mikro-Management und gefühlt jeden Tag im Firefighting-Modus zu sein, was ist die nächste Aufgabe und was passiert. Ja, genau. Ja, toll. Hört sich total spannend an. Ich konnte vorher nicht wirklich begreifen, was Lina X eigentlich macht und wie ich mir das im täglichen Geschäft irgendwie vorstellen kann. War jetzt auch ein Stück weit baff, dass du sagst, ja eigentlich, dass du Kunden ab 500 Millionen Umsatzgröße, das ist ja schon ein ganz schönes Fund und eigentlich eine total spannende Entwicklung, wie es da weitergeht. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen und wünsche dir da auf jeden Fall viel Erfolg. Ich lade alle oder ich habe alle Top 40 Kandidaten und Kandidatinnen dazu eingeladen, persönlichen Gegenstand mitzubringen, der an unserer tollen Wand bleibt. Die Mitbringsel mehren sich. Was hast du uns für ein Mitbringsel mitgebracht und was macht das für dich so persönlich? Ich habe einen Tennisball mitgebracht, der tatsächlich auch schon gespielt und bei mir ist Tennis ein sehr wichtiger Bestandteil tatsächlich in meinem Leben. Ich spiele, glaube ich, seit ich fünf oder sechs bin Tennis, tatsächlich auch seit der Zeit, wahrscheinlich in jedem Jahr in der Mannschaft, wahrscheinlich bis auf eins. Es ist nicht nur ein großer Ausgleich für mich, sondern ich habe durchs Tennis viel dazugelernt. Das Interessante ist fürs Unternehmersein eben, beim Tennis besteht das ganze Spiel daraus, einen Punkt zu gewinnen oder einen Punkt zu verlieren und das ganz oft hintereinander. Und am Ende ist es so, da ist es noch nicht mal so, wer die meisten Punkte gewonnen hat, gewinnt, sondern es ist so, wer den letzten Punkt gewinnt. Und das macht einiges mit einem psychologisch. Das heißt, man muss es immer wieder aushalten, mal einen Punkt zu verlieren und das kann auch mal einen ganzen Satz so lang so gehen, man kann trotzdem das Spiel am Ende gewinnen. Und bei mir ist es immer noch so, ich bin tatsächlich beim Tennisspiel immer noch nervöser, als wenn ich in der Firma irgendwas tun muss. Das ist eine gute, eine sehr heilsame, ein sehr heilsamer Ausgleich für mich. Insofern ist das mein Emotionaler Filter. Ganz genau. Ja, dann vielen Dank. Such dir doch ein Plätzchen, wo dieser tolle Ball bei uns bleiben darf. Neben den Philipp und wo die Laura. Ja, lieber André, vielen Dank. Danke für den spannenden Einblick. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt und bin beeindruckt, zu welchen Themen man alles Kunden und Unternehmen vorantreiben kann. Vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist. Ja, vielen Dank. Ich habe mir viel Freude gemacht. Vielen Dank. Ich habe mir